Ich heiße Katharina. Mein Künstlername ist Asfati oder Katharina Asfati. Hallo, was machst du? Ich mache Luftakrobat. Ah, okay. Schon lange hier? Ja. Okay. Und wovon kommst du? Von St.Gallenville. Ah, okay. Genau, und du? Okay. Angst, man muss haben. Wenn du keine Angst hast, dann bist du verrückt und kontrollierst dich nicht. Und das ist auch gefährlich. Ich hatte schon einmal einen Unfall. Und das war eine Erfahrung für mich. Du musst sehr, sehr vorsichtig sein und mach nichts, wenn du nicht sicher bist. Ich habe keine Unterstützung bei mir zu Hause, weil meine Eltern können das nicht so verstehen, weil bei uns das ist ein Hobby, kein Beruf. Und deshalb will ich alle motivieren, dass wenn man einen Träumen hat, man kann alles schaffen.